In Sonntags OS Nummer 46 für das fahrende Volk habe ich schon mal ein Betriebssystem vorgestellt, welches sich auf die Fahnen geschrieben hat, eine Distribution zu entwickeln für ältere Computer, für Länder, die sehr, sehr schweren Zugang zu Computern und auch zum Internet haben, deren Aufgabe es war oder ist, eben dieses Betriebssystem an ärmere Länder zu verteilen. Ein solches Betriebssystem nehmen wir uns heute noch einmal vor und zwar geht es um Endless OS, dieses Betriebssystem, welches Bildung in die ganze Welt verteilen möchte. Also, knapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag! Es ist wieder Sonntag, Zeit für Sonntags OS und heute widmen wir uns mal einem Betriebssystem namens Endless OS. Endless OS habe ich zufällig gefunden und dies ist ein Betriebssystem, welches auf Debian basiert und ja, ein Betriebssystem ist für die ganze Familie, also alles, was die Familie braucht. Also ein Betriebssystem, um Zugriff auf Wissen zu haben. So, ich bin jetzt hier auf EndlessOS.com, das ist im Prinzip der Webauftritt und hier wird dann Endless OS einfach noch mal kurz beschrieben und hier oben finden wir dann die Sprachen, einmal Englisch als Standardsprache und dann halt Portugiesisch, das Brasianische Portugiesisch, dann Indonesisch, Bahasa-Indonesisch quasi, Thailändisch und Vietnamesisch. Und daran sieht man mal auch schon, wo ungefähr die Zielgruppe liegt. Die Zielgruppe ist quasi nicht der reiche Europäer, so wie wir das sind, der Westen, sondern es sind dann tatsächlich die ärmeren Länder und auch die Schwellenländer, die sich gegebenenfalls Bildung eben nicht so ohne weiteres leisten können, wo Schüler eben nicht immer die Möglichkeit haben, regelmäßig in die Schule zu gehen. Und hier kommt dann Endless OS ins Spiel. Denn hinter Endless OS steht eine ganze Foundation, die im Prinzip die ganze Welt verbinden möchte und diese Foundation hat sich eben dazu bereit erklärt, ein Betriebssystem zu verteilen, wo Schüler oder Menschen aus der ganzen Welt Zugriff eben auf Wissen und Wissensbibliotheken haben und zwar ganz unabhängig davon, ob sie Zugriff aufs Internet haben oder nicht. Und diese Wissensdatenbank, die Endless OS Foundation eben zusammengestellt hat, nennt sich Endless Key. Endless Key ist eine Anwendung, die sich durchaus auf einem Chromebook oder eben auch auf einem Windows-Computer eben starten lässt, ist absolut kostenfrei und man kann sie aber auch als Image herunterladen. Und dieses Image, das ist halt eine ZIP-Datei, ist 75 Gigabyte groß. Wir können jetzt hier mal bei Explore Online Demo mal schnell reinschauen, was im Endless Key so alles drin ist. Im Prinzip ist das ja so eine Art Wissensbibliothek, wo zum Beispiel Wikipedia quasi die wichtigsten Artikel von Wikipedia heruntergeladen wurden, also offline gestellt wurden, um eben in diesem Bundle eben zusammenzustellen. Auf Englisch zwar, aber es sind immerhin 205.000 Artikel, die eben hier offline zur Verfügung gestellt werden innerhalb diesen Keys. Das heißt, auch ohne Internetzugriff habe ich Zugriff auf über 200.000 Wikipedia-Artikel und dabei geht es eben um Basiswissen, Grundwissen, hier geht es um Kunst zum Beispiel, Kultur, Sprache, Philosophie, aber eben auch Geografie und die Welt, Geschichte, Gesundheitsthemen, Philosophie und Wissenschaft. Das alles ist quasi offline in diesem Key verfügbar, genauso wie diverse TED-Talks. Dann gibt es hier einen virtuellen Fieldtrip, selbst Tanzen kann man hier erlernen, genauso wie Kunst und Musik und vieles, vieles mehr. Da lohnt es sich, das ganz einfach mal durchzublättern. Und ich finde, diese Bibliothek ist eben nicht nur gut für die Schwellenländer, sondern das sind tatsächlich wunderbare Anwendungen, die eben auch, sage ich mal, für unsere Kinder, für Schüler und Kinder jeglicher Couleur auf der ganzen Welt ziemlich interessant sein könnten. Gerade wenn du Kinder hast und die einen eigenen Computer haben sollen, macht sich so ein Betriebssystem sicher ganz gut, wenn sie eben nicht den ganzen Tag im Internet herumsurfen und herumspielen sollten, sondern den Computer auch mal zu etwas Sinnvollerem zu nutzen. Und da bietet sich eben diese Offline-Bibliothek durchaus an. Es gibt dann von Endless, wir gehen mal zurück auf die Foundation, gibt es dann auch noch die Endless Laptops. Das sind ganz spezielle Notebooks, die darauf konzipiert wurden, dass eben Endless OS da ordentlich drauf läuft. Das sind die, ja, ich glaube von Asus ist das, genau. Die Asus Expert Books sind das. Das ist also eine Kooperation mit Asus, die dann ziemlich günstig sehr, sehr gute Notebooks eben auch in die Schwellenländer verteilen. Und ja, das Wichtigste ist natürlich dann das Betriebssystem Endless OS, welches dann auch auf diesen Laptops drauf ist. Das werden wir uns jetzt mal anschauen. Hier auf Free Download kommen wir dann hier auf diese Seite. Da gibt es hier die Möglichkeit, sogar Side-by-Side mit Windows zu installieren. Dazu einfach dann diesen, ja, Installer herunterladen. Das ist ein ganz normaler Exe-Installer. Und dann wird das Ganze von Windows aus gestartet. Und irgendwann startet der dann neu und partitioniert das alles, die Festplatte selber und baut das nachher so um, dass Windows direkt daneben installiert bleibt. Das ist also ganz, ganz einfach. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dann direkt das ISO-Image herunterzuladen. Dazu einfach hier auf Try or Install on Your Computer. Dann das Image auswählen. Man kann natürlich das volle, 17 GB große englische Image nehmen oder eben auch eine andere Sprache. Ich habe mich jetzt hier einfach für Basic 3,2 GB Multilanguage entschieden. Einfach heruntergeladen. Da wird eine Torrent-Datei geladen. Diese startet man dann einfach. Und hier ist der sogar schon fertig mit Herunterladen. Das heißt, wir können diese Torrent-Datei bzw. dieses ISO-Image jetzt auf meinen Ventoy-Stick draufladen. Denn bei mir werde ich Betriebssysteme zukünftig nach Möglichkeiten nicht in eine virtuelle Maschine installieren, sondern auf echter Hardware. So, und da haben wir EOS. Das ist das hier. So, einmal hier drauf. So, hier habe ich keinen Platz mehr. Abbrechen. So, hier haben wir EOS Nummer 5. Und dann schieben wir das hier einfach rüber. Und dann wird das auch rüber kopiert. Und dann braucht das auch eine Weile, ehe das ordentlich auch kopiert ist. Deswegen da den Stick nicht einfach rausziehen, wenn der jetzt hier fertig ist, sondern sicher entfernen. Und dann braucht das noch eine Weile. So, wir sind jetzt auf dem Rechner, auf dem HP-Labor-Rechner quasi. So, der Send-A-S-Cruiser, das ist der Ventoy-Stick. Da gehen wir jetzt einmal drauf. Und hier haben wir EOS, Endless OS. Das einmal ausgewählt. Und schon sind wir hier auf einem, ja, Welcome-Screen. Das sieht erstmal aus wie Gnome. So, dann schauen wir mal, dass wir hier Deutsch auch auswählen. Wir sind Deutsch in Deutschland hier. So, dann einmal weiter. So, möchten wir Endless OS vom USB-Stick ausprobieren oder formatieren mit Endless OS? Dann machen wir doch mal Formatieren mit Endless OS. Und hier sagt er, da stimmt etwas mit der Endless OS-Datei nicht. Konnte die Partition mit der Endless OS-Datei nicht finden. Ich nehme mal an, das liegt an der gesamten Struktur, wie der Ventoy-Stick aufgebaut ist. Daher der Ventoy-Stick keine eigene Partition für Endless OS zur Verfügung stellt, sondern das ISO einfach in den, ja, RAM legt. So, dann machen wir gleich mal ausschalten. Und dann werden wir mal das Problem lösen. So, ich werde jetzt das ganze Betriebssystem einmal mit Balena Etcher einfach auf den USB-Stick flashen. Einmal Downloads, EOS, Target, SanDisk, Cruiser. Einmal weiter und flashen. Dann das Passwort rein. Und dann einfach kurz abwarten. Und dann wird jetzt das Endless OS direkt als einziges Betriebssystem auf den Stick geflasht. Und Ventoy wird dadurch jetzt quasi zerstört. Das ist aber nicht so schlimm. Das kann ich ja dann einfach später wieder drauf machen. So, auf einen zweiten Versuch. Jetzt ist Endless OS direkt als einziges auf den Stick gebrannt quasi. Und dann öffnen wir das Ganze jetzt mal. So, und hier haben wir die Welcome App. Und dann wollen wir noch mal Deutsch suchen. Deutsch aus Deutschland. Das wäre dann hier. Einmal ausgewählt und weiter. So, und jetzt wollen wir formatieren mit Endless OS. Jawohl, ja. So, die vorhandene Version möchte ich nehmen. Die Version 5.0, die auf dem Stick drauf ist. So, und jetzt möchte ich die dazu passende Festplatte haben. Und dann nehme ich die Veno Scorb. Ganz wichtig, die richtige Platte auszuwählen. Nicht, dass versehentlich irgendwas anderes gelöscht wird. Weil ich habe ja noch ein paar andere Festplatten auch hier verbaut. Aber die Veno Scorb, das ist genau die richtige. Und damit bin ich auch einverstanden, dass alle Daten darauf gelöscht werden. Da sollte sowieso nichts drauf sein. So, jetzt geht im Prinzip die Formatierung los. Und wie wir sehen, ist dann hier auch schon, ja, die Produktbeschreibung quasi, Endless OS schnell, leicht zu bedienen und so weiter, auch alles schon auf Deutsch. Das heißt, da wurde tatsächlich schon üppig in allen Sprachen übersetzt. Gut, dann warten wir mal ab, bis die Installation durch ist. So, die Installation ist beendet. Hier heißt es Formatieren beendet. Und jetzt kann ich den Rechner ausschalten, den USB-Stick rausziehen und den Rechner dann neu starten. Ich werde das Ganze allerdings hier oben durchführen, indem ich hier einfach auf Power Logout und dann auf Restart gehe, anstelle auf Ausschalten. So, machen wir einfach Restart. So, jetzt wurde quasi der Inhalt des USB-Sticks eben auf dem, auf den Rechner kopiert. So, jetzt wähle ich hier wieder die Sprache aus, dann einmal weiter. Die Tastatur, jawohl, ist weiter. Jetzt muss ich noch, ja, Nutzungsbedingungen einmal durchlesen und, ja, unterschreiben. Automatisches Sichern und Versenden von Statistiken und Problemberichten, das lasse ich einfach angehakt. Das finde ich in Ordnung. Das dürfen die Datenschutz- und Ordnungsdienste mache ich aber aus. Die brauche ich nicht. Und dann einmal weiter. Ein Online-Konto möchte ich jetzt auch erst mal nicht anmelden. Und deswegen sage ich weiter. Und jetzt geht es los mit der Anlegung eines, ja, Kontos. So, ich bin einmal Typ. Benutzername ist Typ. Und da vergeben wir ein Passwort. Und eine Kindersicherung brauche ich nicht. Dann einmal weiter. So, dann ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzertyp. Finde ich ja sehr schön, dass man die Buchstaben kurz noch sehen konnte. So, und Endless OS starten. Sehr gut. So, das war dann quasi so die Ersteinrichtung. Und schon sind wir hier bei Endless OS 5. Herzlich willkommen. Wir können uns mal eine kurze Einführung anschauen. Das sieht aus wie die reguläre Gnome-Einführung. Ein bisschen angepasst. So, einen Überblick erhalte ich, wenn ich die Super-Taste drücke, also die Windows-Taste. Dann werden alle Fenster quasi angezeigt, die gerade offen sind. Das ist quasi gang und gäbe bei Gnome. So, hier habe ich noch Touchgesten. Falls ich ein Notebook verwende, das kann ich jetzt hier nicht testen. Genauso wie nach links und rechts. Und das war es im Prinzip schon. Das war im Prinzip so die Basisnutzung von Gnome. So, sehr schön finde ich, dass hier die Apps und Anwendungen auch direkt schon auf dem Desktop zu finden sind. Das ist gerade bei Kindern durchaus wichtig, dass da gleich schon irgendwas ist, wo man loslegen kann. Und dann schauen wir mal, was jetzt hier so alles los ist. So, hier unten sehen wir einmal das App-Center. Dann gibt es hier den sogenannten Endless-Hack. Damit kann man programmieren lernen. Dann gibt es den Chromium-Browser, einen Dateimanager, Dateien. Und hier haben wir dann noch die Möglichkeit, dann die verschiedenen Desktops eben anzuschauen. Und hier oben gibt es dann noch den Punkt Anwendung. Aber Anwendung ist hier tatsächlich standardgemäß schon auf dem Desktop. Gibt es eine Video-Anwendung, dann Shotwell. Das ist zum Verwalten von Fotos. Dann gibt es hier System. Da können wir jetzt mal direkt darauf zugreifen. So, das, was man jetzt nicht hört, ist, dass Musik läuft im Hintergrund. Wir können ja mal schauen, ob ich das irgendwie eingestellt kriege. Ich gehe dazu einfach mal auf Einstellungen. Dann auf Audio. Und dann gehe ich hier auf Display-Port-Audio. So, und jetzt läuft das Audio. So, das machen wir das Ganze auch noch ein bisschen kleiner. So, ja. Jetzt kann man quasi das Audio so ein bisschen hören. So, das ist im Prinzip ja so eine Art Gamification. Damit können Kinder hier entsprechend lernen, den Computer zu bedienen. Und ja, was der Kerne ist, wie das Speichermanagement funktioniert, was ein Fenstermanager ist, wie der Cursor funktioniert, das Dateisystem, Dienste und so weiter und so fort. Alles kindgerecht aufgearbeitet, kann man hier im Prinzip mit System darstellen. Und die Kinder können so diesen Rechner dann auch richtig steuern. So, dann gibt es noch eine Anwendung. Die nennt sich Side Track. So, auch hier läuft Musik. Ich mache das Ganze einfach mal ein bisschen leiser. So, das ist im Prinzip ein Spiel. Hier muss ich scheinbar den kürzesten Weg einfach nach draußen finden. Und genau, das hat geklappt. Ich habe dann halt hier unten nur so und so viele Möglichkeiten verfügbar, um entsprechend von A nach B zu kommen. Also hier gehe ich jetzt rein und hier oben muss ich raus. Das können wir jetzt nochmal dieses zweite Level machen. So, einmal hier, dann einmal diagonal, nochmal diagonal und rechts. Und so kann man, so wird das wahrscheinlich dann immer schwieriger und so kann man dann ein bisschen das logische Denken lernen. So, dann unter dem Ordner Arbeiten gibt es die LibreOffice Bibliothek. Die ist hier quasi schon integriert und hier gibt es dann noch die üblichen Verdächtigen, die bei Gnome mit integriert sind. Und dann gibt es hier Kolibri. So, bitte die Standardsprache. Deutsch hat das schon erkannt. Dann machen wir weiter. Wir machen für Homeschooling einmal weiter. Hier kann ich jetzt ein super Admin-Konto erstellen. Das machen wir einfach mal ganz fix. Typ. Typ. Und ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer Typ. So, dann wird jetzt hier ein Account erstellt. Einmal weiter. Und hier kann ich jetzt mittels Kolibri quasi Lernräume erstellen. Das ist besonders cool für Schulen auch. Im Prinzip kann man hier eine Art lokales Klassenzimmer anlegen. Mit Dokumenten, aber eben auch mit Videos und so weiter. Und mit Anleitungen. Aber das funktioniert tatsächlich eben auch überhaupt für sämtliche Learning-Umgebungen, die man eben auch im Beruflichen gebrauchen könnte. Ja, wer das also mal nutzen möchte, der kann das auf jeden Fall hier mal ausprobieren. Also Kolibri sehr zu empfehlen. Und das war es im Prinzip erstmal auch schon, was hier drauf ist. Wir gehen mal noch auf Endless Hack drauf. Das ist die Anwendung, die dann hier unten zu sehen ist. So, hier haben wir einen Assistenten. Das ist Ada. Und sie möchte mich jetzt quasi begleiten zum Hack. Ich kann jetzt hier auf On. So, wenn ich jetzt hier zum Beispiel HTML machen möchte, dann gehe ich hier mal auf HTML. So, you've used the Internet before und so weiter. Da wird mir dann erstmal erklärt, was Webseiten sind, wie das Web funktioniert. Und dann kann ich hier auf CodePen. Das wird dann automatisch auch geöffnet. Sehr interessant. Und ein Adblock Plus wird gleich mit installiert. So, welcome to my first test Website. Und schon kann ich hier HTML austesten. Und da wird mir das Ganze dann erklärt. Wer also dann mit Programmieren dann anfangen möchte, kann dann hierüber dann anfangen. Also, sehr, sehr schön. Das ist dann das Thema Web. Was haben wir sonst noch hier unten? Ach, das war ja Web. Dann gibt es noch Maker und Operating Systems. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz hier auf Sarnel drauf. Turing the System. Klingt sehr interessant. Visit the System App and learn a little bit about how this computer works. Are you already in a quest? Do you want to start a new one? Ja. So, quitting this activity. See you again. So. Hi. Mmh, 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 mmh. So, you should be able to launch the System App from the Desktop. See it. Ja, ich sehe es. Das ist ja, äh, das hier unten, ne? Ne, das ist ja Hack. System hatten wir vorhin ja gehabt. Ja, das ist halt ein bisschen doof, weil, solange wie hier ein Fenster offen ist, werden mir die Anwendungen nicht angezeigt. Ich kann mal hier auf Anwendungen gehen. Und hier ist dann die System App. So. Ah ja, okay. Das heißt, die begleitet mich dann auch, wenn ich andere Anwendungen öffne. Nicht schlecht. So, das soll jetzt erstmal reichen, was so ein bisschen der Überblick zu diesen Anwendungen hier ist. So, das ist quasi ein Lernbetriebssystem. Ein Betriebssystem für Schüler, gerade im Grundschulalter, aber auch im Sekundarschulalter, beziehungsweise frühes Gymnasium, fünfte, sechste Klasse, hervorragend geeignet, um das Betriebssystem Linux eben kennenzulernen. Und hier unten gibt es ja noch das App Center, denn natürlich kann man alles Mögliche noch weiter installieren, was man denn so möchte. Man kann noch das Android Studio zum Beispiel oder andere Musikplayer und so weiter noch alles nachinstallieren oder diverse andere Software und Programme. Und hierüber wird dann auch das System aktualisiert. Aktualisierungen werden ausschließlich automatisch durchgeführt. Das heißt, man kann jetzt hier nicht irgendwie eine Konsole öffnen und dann irgendwie ein Update durchführen. Das funktioniert hier nicht, denn das ganze System ist quasi, ja, das nennt sich OS-Tree. Und das bedeutet, dass das Basisbetriebssystem quasi komplett abgeschirmt ist von den Anwendungen, die drauf sind. Das unterscheidet dieses Betriebssystem eben von herkömmlichen Betriebssystemen. Alle Anwendungen und so weiter kann ich ausschließlich nur über das App Center installieren. Es ist mir nicht möglich, Anwendungen anderweitig hier zu installieren. Da ist das Betriebssystem so nicht gemacht worden. So, NeoFetch wird wahrscheinlich nicht mit drauf sein. Wir schauen mal, ob Wim drauf ist. Wim ist auch nicht drauf. Nano. Nano ist auf jeden Fall mit dabei. Das heißt, man kann tatsächlich im Terminal Texte verfassen mit dem Nano-Editor. So, dann STRG-X wieder raus. So, mit LS kann ich gucken, wo ich mich hier befinde. LS minus LA. Damit befinde ich mich hier in meinem, ja, Typ-Ordner, wo Bilder, Dokumente und so weiter zu finden sind. Ich kann jetzt einfach mal gucken, ob sudo installiert ist. Das heißt, zum Beispiel mit sudo apt-update. Dann sudo apt. Und dann machen wir einfach disk-upgrade. Und dann, und wie wir hier auch sehen, die dpkg-Datenbank, auf diese kann nicht zugegriffen werden. Diese ist ausschließlich nur lesbar verfügbar. Und das ist das, was ich auch meinte. Das ist dieses OS-Tree. So, hier im Support-Bereich unter Updates kann ich hier Update Overview mal aufrufen. Und hier steht, Endless OS uses OS-Tree. A non-destructive and atomic technique to deploy operating system updates. Das bedeutet, dass Updates installiert werden können, ohne das laufende System irgendwie zu beeinträchtigen. Und hier steht dann eben auch, dass Endless OS-Updates automatisch eben released werden und auch eingespielt werden. Der Nutzer wird eine Benachrichtigung eben bekommen, wenn Updates verfügbar sind. Und wann dann das Gerät entsprechend neu gestartet werden muss. Und hier ist dann auch nochmal bei Manual OS-Update. Hier steht auch nochmal, dass eben das Update ausschließlich über das App-Center erfolgen soll. So wie wir es im Prinzip jetzt hier auch gerade schon gemacht haben. Hier oben auf Aktualisierung. Dann automatische Updates. Das ist einmal an. Hier steht ja auf dem neuesten Stand. Ja, das ist dann auch so. Und mehr kann man dann im Prinzip nicht machen. Und damit ist dieses System durchaus sehr, sehr sicher und stabil. Und ja, ohne dass Kinder und experimentierfreudige junge Nutzer das System so ohne weiteres verschießen können, sage ich mal. Also, Endless OS ist ein Betriebssystem, das für den Einsatz in ressourcenarmen Regionen und für Benutzer mit begrenztem Zugang zu Internet entwickelt wurde. Es ist ein Betriebssystem, das eine Vielzahl von Offline-Anwendungen erhält. Und zwar hier mittels den Endless Keys, die eben auf die Bedürfnisse von Benutzern in ländlichen Gebieten, Schulen und Gemeinden zugeschnitten wurden. Endless OS bietet eine breite Fallpalette von Inhalten und Werkzeugen, wie zum Beispiel ein umfangreiches Bildungspaket, interaktive Enzyklopädien, ein Gesundheitspaket, die Möglichkeiten, Open-Source-Programme zu nutzen und vieles, vieles mehr. Die Inhalte und Anwendungen sind in mehreren Sprachen verfügbar, um sicherzustellen, dass auch Benutzer mit begrenzten Sprachkenntnissen Zugang zu relevanten Informationen haben. Dadurch hat Endless OS das Potenzial, den Bildungszugang und die technologische Inklusion weltweit zu verbessern. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017